Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zu Booktube, heute ohne Buch, dafür mit einem etwas düsteren Videospiel. Mehr dazu nach dem Intro. Und damit möchte ich euch auch gar nicht länger auf die Folter spannen. Das Spiel, das ich euch heute mitgebracht habe, heißt This War of Mine. Es ist, wie ich finde, ein wirklich großartiges Spiel, veröffentlicht von Deep Silver und 11-Bit Studios. Worum geht es in dem Spiel? Wir alle kennen sicherlich Spiele, in denen es darum geht, Horden von Gegnern seines Menschen, Aliens, Zombies oder sogar Dämonen aus der Hölle niederzumetzeln und sich den Weg zum Ziel freizuschießen. Auch wenn das durchaus Spaß machen kann, geht This War of Mine einen ganz anderen Weg. In This War of Mine stellt man sich nämlich der Frage, was ist eigentlich mit den anderen? Die anderen sind in diesem Fall nicht die Leute, die eine andere Uniform tragen, sondern ganz simpel Zivilisten. Zivilisten in einer belagerten Stadt, um genau zu sein. Was anfangs vielleicht etwas dröge klingt, nimmt schnell dramatische Formen an. Das Spielziel ist denkbar einfach, überlebe. Aber das wird von Tag zu Tag schwieriger. Das Spiel beginnt mit zwei bis vier Überlebenden unterschiedlichster sozialer Herkunft, die sich zusammengeschlossen und gemeinsam einen Unterschlupf gesucht haben. Diesen können sie tagsüber nicht verlassen, da die Gefahr von Scharfschützen, beider Konfliktparteien aufs Korn genommen zu werden, viel zu groß ist. Also muss jede Nacht einer der Überlebenden los und Vorräte wie Essen oder Baustoffe sammeln. Die anderen Überlebenden bleiben im Unterschlupf, um den Unterschlupf zu bewachen, denn man kann nie sicher sein, ob nicht doch jemand vorbeikommt, der auch Vorräte sucht, ansonsten aber nicht ganz so rosige Absichten hat. Wie man das Spiel nun spielt, ist jedem selbst überlassen. Man kann versuchen, möglichst friedlich und konfliktfrei durch diese gesamte Belagerung zu kommen oder aber in seiner Verzweiflung anfangen, seine Gruppe Überlebender um jeden Preis zu schützen. Egal wie man sich entscheidet, zieht das Konsequenzen nach sich. Sollte man also so weit gehen, auf der Suche nach Nahrungsmitteln einen anderen Menschen zu töten, hat das Auswirkungen auf die gesamte Gruppe. Welche Konsequenzen das sind, das findet ihr am besten oder vielleicht auch am besten nicht selbst heraus. Auf jeden Fall solltet ihr euch dieses Spiel genauer anschauen. Ich halte hier die Version für die Nintendo Switch in der Hand, das Spiel ist aber auch auf allen anderen gängigen Konsolen und für den PC erhältlich. Von mir eine klare Empfehlung, ich kenne kaum ein anderes Spiel, das bei so minimalistischer 2,5D-Grafik solch eine Tiefe erzeugt. Als kleiner Nebenfakt vielleicht noch dazu, die Entwickler unterstützen die sogenannte War Child Foundation, eine Stiftung, die sich um Kinder in Kriegs- und Krisengebieten sorgt. Das war's für diese Woche von mir. Nächste Woche habe ich wieder ein Buch dabei. Bis dahin, ciao! Untertitelung des ZDF für funk, 2017